Wir sind ja ausgesperrt. Ja ist doch so, wie Affen hinterm Zaun und Löhnen können wir alle mit. Ja klar, aber das die nächsten 20 Jahre 100 Prozent. Die Folgekosten, da denkt nämlich jetzt keiner dran. Richtig, richtig. Die haben wir, die haben wir definitiv. Ich glaube schon, dass die Leute dran denken. Aber ich glaube auch, das traut sich keiner. Das ist es. Ich versuche, ich verstehe einfach zu wissen.